Heute sprechen wir über die richtige Organisationsstrategie, um Klausuren, Hausaufgaben und Privates unter einen Hut zu bekommen. Willkommen zurück Abitur-Läden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traum-Abitur-Schnitt. Gerade in der Oberstufe und dann speziell in den Klausuren-Phasen ist es einfach so, es steht so viel an, so viele Termine, da die Hausaufgabe, da das Lernen, da das Referat, da die Prüfung, bam, 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 bam. Und dann kommt natürlich dazu noch das ganze Private, was ja gerade auch in unseren jungen Jahren, da passiert ja so vieles, man muss sich um so viele Dinge kümmern. Was ist nach der Schule, andere Sachen, Freunde und so weiter. Und das alles irgendwie in ein Leben zu bekommen, ist eine große Herausforderung und dabei möchte ich jetzt in 5 Tipps helfen. Erstens, Hausaufgaben direkt machen. Ich kann nicht groß genug betonen, wie unfassbar wichtig es ist, dass du wirklich einfach deine Hausaufgaben machst. Du machst ja am besten einfach direkt, wenn du auf deine Schule kommst, iss von mir aus und setz dich hin, mach die Hausaufgaben und hab die einfach weg. Also die Hausaufgaben weg zu haben, ist so wichtig. Weil wenn wir jetzt wirklich mal überlegen von Privates, Lern für die Klausuren und Hausaufgaben. Die drei können schon extrem überfordern wirken, aber sobald du einfach direkt immer nach der Schule die eine Sache weg hast, hast du nur noch zwei andere Sachen. Und das ist vom Fokus für unser Gehirn so viel leichter, da richtige Prioritäten zu setzen. Deswegen mach es dir wirklich als Angewohnheit, wenn du heimkommst, hau die Hausaufgaben weg und du wirst so ein freieres Leben führen. Das ist es wirklich wert. Zweitens, Klausuren proaktiv angehen. Stress entsteht immer nur dann, wenn wir diese Sachen immer auf den letzten Drücker machen. Warum entsteht der Stress? Na dann, wenn extrem viele Sachen auf extrem kurzer Zeit benötigt werden. Deswegen versuch die Dinge, wie zum Beispiel Klausuren, da hast du ja meistens die Termine echt im Voraus. Versuch doch die einfach im Vorhinein schon zu machen, um das Ganze ein bisschen zu entzerren, dass es eben nicht so stressig ist. Ich weiß, das ist nicht leicht. Weil man sagt, ich prokrastiniere mal, ich fange aber nicht rechtzeitig genug an. Der beste Tipp da, hol dir die Zukunft ins Jetzt. Das bedeutet, du versuchst wirklich, du verknüpfst schon mit diesem proaktiv was machen, ein positives Gefühl. Dann sagst du von, ey, das fühlt sich ja echt geil an, einfach so zu wissen, hey, ich habe das schon, mich vorbereitet. Und auch dieses geile Gefühl von irgendwie alles ist organisiert. Und es ist nicht alles so, oh, und das, 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 das. Dass du genau dieses Gefühl auch immer weiter wertschätzt. Weil man kann da reinkommen und das ist gar nicht mal so schwierig. Wirklich dann zu sagen, hey, das ist irgendwie viel geiler, wenn ich alles im Vorhinein schon mache. Das Problem ist nur, wenn man das eine Zeit lang macht, nimmt man es für selbstverständlich. Und man kennt das gar nicht mehr, wenn alles so Chaos ist. Und dann tendiert man ganz gescheit dazu, eben wieder in dieses Chaos zu kommen, weil man nicht mehr so drauf achtet, eben alles im Voraus zu machen. Deswegen sei da unbedingt auf der Hut. Drittens, klare Kommunikation mit dem Umfeld. Das bedeutet, dass du gerade auch den vierten Aspekt, eben das Private, wesentlich ernster nimmst. Und dass du eben nicht mehr sagst, zum Beispiel bei irgendwie Zeiten von, yo, lass mal da irgendwann am Wochenende chillen oder so, yo, kommst du vorbei, yo, so. Dieses, yeah. Versuch da mal, davor ein bisschen mehr Abstand zu nehmen, versuch mal auf ein höheres Level zu gehen und zwar da wirklich ganz klar zu kommunizieren. Hey, mit wem machen wir was? Was wollen wir machen? Warum und wie lange? Dass du wirklich auch für dich selbst einfach auch richtig klare Zeiten hast. Dass ich zum Beispiel, ich verabrede mich aktuell mit fast niemandem mehr, um zu sagen, wir treffen uns um 17 Uhr. Ausmalen, weil es wirklich nicht, wie lange es gehen kann. Oder wir müssen halt nur eine konkrete Sache machen. Aber ansonsten sagen wir immer 17 bis 19 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr, 20 Uhr bis 22 Uhr. Verstehst du einfach, von da bis da. Bam. Jeder weiß Bescheid. Man weiß auch sehr genau, worum es gehen wird. Klar musst du jetzt mit in den, keine Ahnung, wenn ich meine Freunde triffst, nicht genau sagen, wir sprechen über das Thema, das Thema. Ne, aber dass du einfach sagst, hey yo, ich komme um 17 Uhr bei dir vorbei. Und um 20 Uhr gehe ich wieder. Einmal, dass es klar ist, dass du dann auch in den Treffen nicht da reinfassst, dieses, ich könnte noch ein bisschen länger bleiben, ich muss da eh so viel machen. Dass du einfach Klarheit hast. Und du offen deine Entscheidungen in Bezug auf private Dinge viel, viel bewusster triffst. Viertens, keinen Käfig erschaffen. Das bedeutet, ja, es ist extrem wichtig, dass du eine klare Struktur, eine klare Organisation, einen klaren Plan hast, auch Tagesplan, Routinen. Extrem wichtig. Extrem wichtig. Aber oft entsteht dieser Stress, dieses, oh ich schaffe das alles nicht und es ist so schlimm und so weiter. Oft auch nur dadurch, dass du eben hier so eine konkrete Struktur machst. Weil du musst dir bewusst machen, jeder Plan ist nur ein Plan für die Realität, aber nicht die Realität selbst. Das heißt, du kannst es so perfekt durchgeplant haben, wie du willst. Es werden immer Dinge dazwischen kommen. Auf einmal braucht dich ein Freund, ganz, ganz dringend. Auf einmal fällt eine Klausur aus. Solche Sachen kannst du nicht vorher planen. Das bedeutet, behalte diese Spontanität bei. Sei da flexibel. Es gibt manchmal einfach Tage, wo du einfach deine Sache nicht so durchziehen solltest. Das heißt, die beste Organisation ist auch mal, nicht immer so perfektionistisch bei seiner Organisation zu sein. Einfach zu sagen, hey, heute sollte ich einfach mal mehr chillen. Heute sollte ich mal das absagen und mich doch auf meine Schulzeit konzentrieren. Einfach dann noch mehr das machen, was im jeweiligen Moment für dich richtig ist. Fünftens, konsequent bleiben. Das ist so unterschätzt. Es ist so, ich kann es nicht ausführen, es ist so unterschätzt. Man denkt immer nur, oh ja, ich muss einfach nur die richtigen Sachen anwenden und dann passt es. Weil man sich immer nur auf dieses erste Mal konzentriert. Man konzentriert sich immer darauf, oh, ich muss es ja nur einmal richtig machen und dann passt es schon. Passt eben nicht. Du musst konstant konsequent bleiben. Das bedeutet, wenn du eine Organisationsstruktur für dich aufgebaut hast, die für dich funktioniert, beispielsweise Hausaufgaben direkt machen, Klausuren im Vorhinein, all diese Sachen. Du musst dabei konsequent bleiben. Weil in dem Moment deine Organisation, vor allem wenn es auf einem guten Level ist, das ist wie bei Punkt 3, dass du da nicht nachisst, wenn in dem Moment, wo du denkst, oh, das passt hier alles, dann fallen wir meistens zurück. Wenn du sagst, ah ja, easy. Und genau in dem Moment hast du wieder all deine Probleme innerhalb von ein paar Tagen, Wochen, Monaten, die du davor hattest und gegen die du so hart angekämpft hast. Deswegen sei da unbedingt auf dein Hut. Zieh es weiter durch, zieh es weiter durch, zieh es weiter durch. Weil in dem Moment, wo du nachlässt, ist die ganze Kranke wieder da. Guter Schlusssatz. Guter Schlusssatz. In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.